Guten Tag, es ist Montag, morgen Zeit für einen neuen Sportwelt-Podcast. Es begrüßen euch aus Sandweier Manuel Trom. Hallo Manuel. Hallo Guido, hallo in die Runde. Und Guido Göbel aus Köln, das bin ich. Ja Manuel, es geht um das vergangene Torwochenende. Es gab ja wieder national und international so dies und das. Und wir gehen die Sache mal, würde ich sagen, chronologisch an. Fangen wir an mit dem Samstagsrenntag in München. Da hatten wir ja ein Listenrennen und da gab es ein etwas überraschendes Ergebnis. Ja, alles in allem ein sehr überraschendes Ergebnis wahrscheinlich. Mit dem Sieger hat man wohl kaum gerechnet. Und auch vor allem die Pferde, die ganz hinten einkamen, waren wahrscheinlich die größte Überraschung. Gewonnen hat auf jeden Fall Tarkan für Roland Tupasch mit David Lischka. Ja, ein Jockey auch, der sich immer mehr ins Gespräch bringt, muss man sagen, David Lischka. Genau wie Thomas Schrohmann. Also die Jockeys, die da ansonsten in Tschechien reiten oder in der Slowakei, die machen immer mehr auf sich aufmerksam. Man muss aber auch sagen, Tarkan, ja, er war zwar jetzt ein Außenseiter, aber so eine Sensation will ich jetzt auch nicht sagen. Wenn man ihn sich mal anschaut, er war schon auf Gruppeebene platziert, er hatte ein GRG, auch nur zweieinhalb Kilo, glaube ich, unter dem Favoriten-Shootout. Er ist ein absoluter Bahnspezialist, er kann den Boden. Also unmöglich war er nicht, muss man sagen, in einem Rennen. Ja, wenn man hinterher so in den Formenspiegel schaut, dann hätte man da schon auch drauf kommen können, weil, wie du sagtest, der 2,6-Favorit war jetzt bis auf seine letzte Leistung im Grupperennen. Das ja auch so ein bisschen, ja, das Rennen fiel ja damals so ein bisschen auseinander, kann man ja fast sagen. War damals auch schon ein komisches Rennen. Und Tarkan war genauso ein Ausgleich-1-Pferd, wie das Shootout wahrscheinlich vor dem zweiten Platz im Grupperennen war. Von dem her, ja, im Nachhinein wieder einfach zu sagen, aber da sprach dann auch was dafür. Trotzdem, wie es dann ging, doch auch irgendwo überraschend, das auf jeden Fall. Kam am Ende auch noch viel Geld für ihn übrigens. Der fiel kurz vorm Start von, glaube ich, 19, irgendwas auf 12,9 noch runter. Ja, da hatte wohl einer noch ein bisschen Mumm gehabt auf ihn. Ja, zweiter Platz Lexington Bell aus England. Ja, wo du nichts von wissen wolltest, muss man auch sagen. Ja, gut, ich fühle mich irgendwo schon auch bestätigt, wenn dann das Ausgleich-1-Pferd, Anführungszeichen, Tarkan das Pferd schlägt. Von dem her, wahrscheinlich in England wird es jetzt auch nicht so schnell ein Listenrennen gewinnen, aber war dann ja in Ordnung, wie das Pferd gelaufen ist, war Zweite, Danilo Dritter, hat auch nochmal eine deutlich bessere Form jetzt mal wieder ausgepackt. Ja, erstaunliches Laufen von Heschima, das muss man sagen, ne? Ja, ist natürlich mit das bitterste, glaube ich, was jetzt passieren konnte für das Pferd. Hat jetzt da einen vierten Platz stehen und, ja, das GRG wird natürlich nach oben gehen. Ja, mit Start nach oben gehen, klar. Ja, aber hohes Rengelaufen, ja. Das war ihr erster Start auf so einer Distanz auch, ne? Und ein bisschen weiter, da ist vielleicht noch mehr drin gewesen für sie, ne? Ja, das sah auf jeden Fall gut aus, wie sie da außen kam, ja. Ja, Shootout, bleibt ein komisches Pferd, ne? Ja, ist irgendwie wie mit Penalty, da zwischen Champions League und Kreisklasse passiert da viel. Gut, er hatte natürlich noch einen bösen Stopp da mit dem Ziel gerade, aber der kommt ja auch, der Stopp, zustande, weil er eben, Anführungszeichen, wie sagen die Jockeys immer, vor allem wenn sie in Frankreich, wenn die Chancen los sind, kommen sie zurück, no gas. Ja, da hatte Shootout gefühlt schon kein Gas mehr, wo es dann eben zu dieser Range leider kam. Da hat übrigens auch David Lischka noch einen Tag Reitverbot bekommen für diese Szene, wo er sich da so ein bisschen robuster Platz verschafft. Ja, aber wie gesagt, da war Shootout schon geschlagen, war dann letztlich deutlich letzter, vorletzter Big Secret auch im Pferd, mit dem man gerechnet hat oder rechnen konnte als Ausgleich-Einsieger. Der konnte jetzt die Form nicht da ins Listenrennen übertragen. Und ja, die dritte Enttäuschung, natürlich Calixia aus Frankreich, die kam auch nicht über Platz 11 hinaus. Ja, ja, das war also kein Rennen für die Favoriten, muss man sagen, aber das ist um diese Jahreszeit auch keine Sensation, kann man sagen. Nein, muss man leider öfter davon ausgehen. Gut, das war der vorletzte Renntag der Saison in München, da gibt es ja noch den großen Preis von Bayern im November, glaube ich, ne? Ja, den gibt es noch. Gut, dann schwenken wir, glaube ich, nach Köln. Genau. Da hatten wir gestern den Vetsda.de-Preis des Winterfavoriten. Ja, und da sah es dann für die Favoriten ein bisschen besser aus. Dann liefen ja auch nur fünf Pferde und am Ende kam, glaube ich, genau die Sportwelt-Dreierwette, Lifetimes, Think Giant, Serienartner. Wer hat die denn geschrieben, die Dreierwette? Ja, 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 ich weiß es nicht, aber zahlt es auch nicht so viel, dass man direkt in Rente gehen könnte. Ja, aber sicherer Sieg von Lifetimes, ja, schöne Sache, nicht, dass er den Frankreich-Schläge fett gewonnen hat, sage ich jetzt mal. Auch wenn es für Eckart Sauren natürlich ein Pech war, dass er das Rennen nicht gewonnen hat. Aber, ja, Lifetimes, denke ich, ein nicht unerwarteter Sieger. Zweiter Sieg in Folge für den Stall Hanse in diesem Rennen. Da sind immer die Beteiligungen an den Pferden unterschiedlich. Ein bisschen durcheinander, ja. Genau. In diesem Fall sind es, glaube ich, Moritz Becher, Philipp von Ullmann, äh, hilf mir. Ein Herr Mieser-Preskes, nein, man weiß es nicht genau, hat noch vorgestellt im Absattelring, bin mir jetzt nicht mehr sicher. Warte, ich habe es doch bei Galopp online geschrieben, das können wir doch schnell nachschauen. Vincent Clem, Dr. Andreas Jakobs. Ja, zu viert dann, ja, auf jeden Fall kann man nur gratulieren. Alexander Franke war es, glaube ich, der es gesagt hat. Bis jetzt ein Pferd in Deutschland im Training, letztes Jahr ein Pferd in Deutschland im Training, bei den Winterfell gewonnen. Jetzt haben sie ja zwei, sie haben ja noch Geography. Ja, 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 klar, aber ich meine als Zweijährigen, als Zweijährigen ins Training gegeben, von dem her zweimal den Winterfelligen gewonnen, das kann sich schon sehen lassen. Ja, und Unterschied zum Vorjahr, im Vorjahr war es seit Geography, da war ja schon klar, im Grunde, sage ich mal, oder sehr, sehr klar, oder wahrscheinlich, dass er kein Steher sein wird. Bei Lifetimes ist es anders und da hofft man halt auch, dass man da in Richtung Derby auch ein Pferd hat, ein schönes nächstes Jahr. Haben sich auf jeden Fall alle Beteiligungen so geäußert. Gut, Unterschied zum letzten Jahr, ist ja kein Zweiter aufgefallen. Ach, an. Ein anderer Reiter. Ja, das war ja nicht die Rede von, dass er selbst Reiter gewonnen hat. Achso, okay, ich dachte, da rumgegangen ist. Letztes Jahr war es richtig. Pichodeck hätte ja das Rennen erst im dritten Mal in Folge gewonnen, hatte aber jetzt nicht. Genau, weil er mit Serien an, dann nur Dritter war. War ein bisschen ein komisches Rennen, hatte ich so unterwegs, gefühlt hatte, bis auf Namelord, erst mal sehr langsam. Und dann hatte das Gefühl, jedes Pferd mal jede Position, außer Namelord, obwohl der war auch mal Dritter, mal Zweiter. Dann ging er vorne und dann da hinten Lifetimes, der war auch mal Fünfter. Der kam dann aber irgendwie als Zweiter, Dritter in die Gerade. Ich hatte mich auch ein bisschen gewundert. Und zwar war es ja so, es war ja sehr weiche Bahn gestern. Und die Rennen zuvor, da sind ja einige Jockeys ganz außen gegangen, unter den Bäumen, wo der Boden halt ein bisschen besser ist. Und das hatte sich auch bezahlt gemacht in dem einen oder anderen Fall. Und ich war mir eigentlich total sicher, dass Alexander Peach mit Namelord, für den ja auch die Außenbox beantragt worden war, viel, viel weiter außen gehen würde und ein bisschen offensiver reiten würde. Also ein bisschen mehr Tempo außen machen würde. Er ist dann zwar mit einem Außengang, aber nicht so weit halt, wie man es erwartet. Und hat es dann auch sehr langsam gemacht vorne eigentlich. Das hat mich ein bisschen gewundert. Ja, es war auf jeden Fall ein komischer Rennverlauf, will ich nicht sagen. Aber ja, viele Positionsveränderungen und so weiter und so fort. Fing scheint, ob man da jetzt so glücklich mit allem war, weiß ich nicht. War natürlich dann auch weit außen im Bogen. Ja, auf jeden Fall das vermutlich beste Pferd hat gewonnen. Und ich glaube, das hat der Rennverlauf da keinen Einfluss gehabt. Ja, dann haben wir also den Winterfavoriten schon gesehen. Lifetimes aus dem Stall von Peter Schieren. Ja, weiterer Sieg für den Astabüte-Stall, für den es wieder sehr gut läuft in diesem Jahr. Und ja, das war die Sache da. Da gab es einen Sieg für den Astabüte-Stall von Peter Schieren im zweiten Black-Type-Rennen. Gestern war das nicht der Fall. Nämlich im Heinz-und-Ilseram-Erinnerungsrennen der Weidenpecher Meile. Das sah es zwar lange so aus. Und da hat sich das Rennen eigentlich schon so ein bisschen abgehakt, sag ich mal. Als dann Agir in der Zielgeraden doch mit sehr, sehr großem Vorsprung eigentlich nach Hause zu kommen schien. Aber hatte man die Rechnung ohne Words of Peace und Enki Jambat gemacht. Genau, die Stuhl vom Stahl Smirnczyk, die war gefühlt am Schluss doppelt so schnell wie der Rest. Die konnten noch einiges finden. Wir haben es ganz kurz so noch mit einem kleinen Vermerk, dass es natürlich ein Pferd für Boden sein wird. Der hat ja schon wahrscheinlich geholfen. Konnte jetzt alle letzten Formen nochmal auf den Kopf stellen. Und hat den ersten Start in Köln gewonnen, war dann noch dritte im Schwarz-Gold-Rennen. Dann so ein bisschen der Einbruch möchte ich nicht sagen, aber natürlich schon schwächere Formen. Und jetzt hat sie auf Listniveau nochmal zur Bestform gefunden. Das sah auf jeden Fall gut aus, so schnell wie sie wurde da am Schluss. Ja, sieht man mal wieder, was doch Boden oder Jahreszeit auch ausmachen kann bei einem Pferd. Weil das war ja wirklich sehr gut. Und wie gesagt, wenn man die ganzen Bohnen gut vorm Streicht, hatte sie ja eigentlich eine sehr gute Chance eigentlich. Ja. Und ja, das war eine tolle Quote übrigens in der Zweierwette in dem Rennen. Das hast du mal gesehen, 16,3 die Siegerin. Der 1,5er wird Zweiter und die Zweierwette hat 38,2. Ja, so richtig mit ihr gerechnet hat dann wohl doch niemand. Und gerade auch in der Zweierwette, die nach vorne zu schreiben. Gehört natürlich auch was dazu. Hals war es im Ziel. Sicher Hals, der Richterspruch. Dritter Montanus, muss man auch mal erwähnen. Auch wieder eine Black-Type-Platzierung für dieses Pferd. Ja, holt man auch das Beste raus, glaube ich, aus dem Amaronson. Kann man nichts sagen. Emily, ja, als Fünfter hatte man vielleicht ein bisschen mehr gedacht. Aber letztlich haben wir halt... Irgendwie gefühlt so nicht, dass das Sahne-Wochenende von Marcel Weiss irgendwie... Gut, Serienata ist jetzt weit weg von schlecht gelaufen als Dritter im Winter von Rüten. Aber Lisa, glaube ich, hätte man vielleicht ein bisschen mehr erhofft. Silvestra hätte man im Handicap ein bisschen weiter vorne erwartet. Ah ja, gut, das will ich jetzt nicht so hoch. Nein, nein, alles, nein, alles gut. Handicapper, die können schon mal... Alles, nichts passiert, aber... Mir sind nur die zwei Platzierungen da nacheinander aufgefallen und an Emily nicht so zurückgelaufen. Aber weit weg jetzt von schlechter Stallform. Gut, da müssen wir natürlich noch erwähnen, tolles Comeback von Andrea Rie Cooper auf seiner Heimatbahn. Drei Siege, ich weiß gar nicht, wie viele Ritter hat er gehabt gestern? Also vier auf jeden Fall. Einer ist mir noch aufgefallen, der war, glaube ich, sogar dann letzter, wenn ich nicht ganz verkehrt... Ah ja, Oceania. Ja. Das war der vierte Ritt, aber sonst, glaube ich, dann... Das dürfte es fast gewesen sein. Ja, das sah schon gut aus. Also ganz, ganz stark. Tolles Comeback, drei Siege. Hier waren auch wirklich knappe Entscheidungen dabei, wie bei Baroness of Lips. Da war ja ein ganz knapper Kopf dann, der für ihn sprach. Ja, ich denke mal, der wird bestimmt wieder den ein oder anderen Ritt bekommen jetzt in den nächsten Tagen. Ja, wahrscheinlich. Die Badener Karte wird sich noch füllen, wahrscheinlich. In den Handicaps in Baden-Baden wird er bestimmt gut gebucht sein. Kommen wir gleich noch zu. Baden-Baden steht ja am Wochenende das Sales & Racing Festival an. Und das sind ja mega Nennungen für die beiden Renntage. Also das werden pickepacke volle Felder werden. Und da wird, glaube ich, jeder Mann gebraucht bei den Reitern. Ja. Ja, und da hat er in den Handicaps mit seinen fünf Kilo natürlich bestimmt sehr gute Ritte auch. Ist davon auszugehen, ja. Gut, dann müssen wir natürlich noch ein paar internationale Sachen besprechen. Mailand, gestern, lief es deutlich besser als in der vergangenen Woche für die deutschen Pferde. Und da gab es den Sieg im Grand Prämie der Jockey-Club für Straight aus dem Gestüt Karlshof. Marian Falk-Weißmeier, der Trainer, erster Gruppesieg. Gratulation hier für ihn. Und im Sattel saß Luca Delosier. Ja, und du hast das Rennen auch gesehen, Manuel. Was kann man sagen? Es war ja nach der Kölner Formpreis von Europa nicht unerwartet, dass Straight da eine sehr gute Chance haben wird. Ja, es war wie so oft bei Straight, wenn er seine A-Plus-Form bringen kann, dann ging er wohl als Favorit. Er hat jetzt 3,7, da war ich jetzt nicht so confirm, ob er da als Favorit angetreten ist. Ich gehe davon aus. Ja, die standen beide 3,7, sowohl Straight als auch Wintertraum. Okay. Und Best of Lips stand 3,8. Ah ja, okay, also Favoritentrio. Ja, er hat auf jeden Fall überlegen gewonnen. Er scheint wirklich jetzt, jetzt hat er zumindest mal zweimal in Folge seine Bestform abgerufen. Das ist ja schon was, ja, Außergewöhnliches, kann man das so sagen, weiß ich nicht. Ja, Marian Falk weiß nicht, man scheint da einen Schlüssel bei dem Pferd gefunden zu haben. Ich weiß auch nicht, da wird wahrscheinlich auch ein größeres Team, ich glaube, es war ja, bei Andrés Wöhler war es so ein bisschen der Fall mit dem Huf oder mehr oder minder immer wieder Probleme gemacht haben. Wie gesagt, da gehört ja auch ein Team dazu, wer weiß, ob da vielleicht auch ein Hufstück mal was anderes machen hat können oder wie auch immer. Ist ja da nicht gesagt, dass jemand anderes es schlechter gemacht hat, nur vielleicht ein anderer Trick oder wie auch immer. Was auch immer dazu gehört, weiß ich nicht. Aber das sah schon auch sehr, sehr gut aus, wie er das gelöst hat, der gute Straight. Und dann auch noch auf weichem Boden, wir können uns an die Kölner Union erinnern, wo er überlegen gewonnen hat, da war Betonstraße gefühlt in Köln und jetzt kann er auch auf tiefem Boden die Leistung bringen, das sah schon gut aus. Ja, und hast du mal gesehen, wie der hin und her gelaufen ist, als er vorne war? Das war schon ziemlich krass, oder? Ja, also mich hat es auch überrascht und ich bin ja, ja, da brauchen wir nicht drüber, dass über Lukas Delos hier gestritten wird. Das ist ja kein Geheimnis. Mich hat schon gewundert, er ist so ein bisschen, glaube ich, schon unter der Peitsche, glaube ich, links-rechts gewandert. Da die letzten zwei Schläge habe ich jetzt nicht ganz verschont, die Peitschen-Einsätze da, weil da ist er dann nochmal wieder nach rechts rüber gerannt. Mal schauen, was da der Fall war, aber so überlegen, wie das war, das sah schon richtig gut aus. Ja, man hat mehrere Möglichkeiten mit Straight jetzt. Holger Faust ließ aber anklingen, dass das wahrscheinlichste eine Start in der Hongkong Race ist. Oh, dann könnten wir ja theoretisch zwei deutsche Starte haben, weil Fantastic Moon ist ja auch noch in der Verlosung zumindest, oder? Wenn ich das so richtig mitbekommen habe. Ja, also Alternativen wären der große Preis von Bayern, da müsste man nachnennen, glaube ich. Und dann haben wir noch als dritte Sache, was war das? Wir müssen mal kurz, Best of Clips fünfter. Genau, Best of Clips fünfter, Wintertraum sechster. Hatten beide keine wirkliche Chance, das muss man schon sagen. Wintertraum ist schon bitter für den Dreieckengahrgang, oder? Dass er da jetzt auch nochmal keine Chance hatte. Macht irgendwie, wirft kein gutes Bild irgendwie auf den Jahrgang. Ja, sind nicht die Toppferde bei den Dreieckengen dabei. Das muss man leider wohl so sagen, was die bisherigen Ergebnisse nach dem Derby so gezeigt haben. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, Hongkong Waze ist das Wahrscheinlichste. Er könnte auch noch in den Bahrain laufen, das wäre auch noch ein Thema, aber Tendenz geht da wohl Richtung Hongkong Waze. Gut, das hatten wir. Dann in dem anderen Grupperennen gab es eine Platzierung noch für Best Lightning aus dem Subberichtstall in dem Premier Piazzale im Gruppe 3 Rennen. Und da waren die anderen beiden Deutschen. Anis Master war fünfter, Anstein als Vorjahressieger war siebter. Ja, das war das. Dann haben wir die große Pardubitzer gehabt gestern. Da hast du so ein bisschen dir den Renntag angeschaut. Wie war das denn? Ja, da muss man mal, also Bilder habe ich gefühlt von Pferderinnen noch keine besseren gesehen wie gestern in Pardubit. Gut, da kann man nicht so ganz vergleichen, da war ja das, ich bin jetzt da nicht so bewandert im tschechischen Fernsehen, aber es war da irgendein Privatsender oder großer Sender aus Tschechien, vielleicht war es auch ein Staatsender, weiß ich jetzt alles genau nicht, was für ein Sender das war. Aber die Bilder waren, also es war wirklich ein Genuss, den Renntag anzuschauen. Und das war wirklich richtig gut. Kleiner Haken war natürlich, ich meine, tschechisch ist nicht ganz so stark. Aber ja, trotzdem war richtig gut anzuschauen, da der Renntag. Und du weißt, dass ich als Hürdenfreund das dann auch gerne anschaue, habe ich dann auch gemacht. So richtig gewusst, was da los war nach der Pardubitze, weil es gab, im Nachhinein war es klar, ein totes Rennen zwischen den Pferden Sexy Lord und Godfrey. Und ja, jetzt mein Tschechisch, wie gesagt, ist nicht ganz so stark. Und die Übertragung war wirklich überragend, nur das Zielfoto hat man nie gesehen. Ja, dann sah es so aus, dass dann Sexy Lord wohl der Sieger war. Der wurde so ein bisschen gefeiert da. Und irgendwann, wie gesagt, das Tschechisch nicht ganz so stark. Und dann irgendwie waren auf einmal beide Pferde bei der Siegerehrung. Also Sexy Lord und dann noch der Favorit Godfrey, die waren halt, kam Kopf an Kopf in die Linie, muss man mal erklären. Genau, genau. Vielleicht kurz dabei, nach 6.900 Metern, diese beiden Pferde im Kampf. Und es sah nach Sexy Lord aus. Ja, also es war wirklich, also man hat gesehen, dass es höllisch, höllisch eng war, ganz klar. Ja, und ja, die Jogge ist, also das ging dann auch gefühlt überhaupt mal acht Minuten, bis überhaupt irgendwas verkündet wurde. Dann war auf einmal Sexy Lord der Sieger, wie gesagt. Und mit Jaroslav Mischka, und der hat sich gefreut. Und Jan Faltyschek hat sich mit ihm gefreut. Und ja, und auf einmal war das zweite Pferd bei der Siegerehrung. Gut, auf Tschechisch werden Sie das schon gesagt haben, dass jetzt auf einmal ein totes Rennen ist. Aber das war jetzt für mich nicht ganz so nachzuvollziehen. Aber ja, am Ende kam raus, totes Rennen. Und das nach 6.900 Metern, das, ja, hat was. Ja, ganz interessant übrigens, Sexy Lord war der erste Sieger beim 22. Ritt, glaube ich, von Jaroslav Mischka in diesem Rennen. Und ein Egerthornsohn. Egerthorn war ja ein Pferd von Stahlreckendorf. Peter Rau, der Trainer damals. Guter, ja, gutes Pferd auf Distanzen so ab 2000 Meter, um 2000 Meter. Und der ist da halt der Kengs und hatte auch noch mehrere Starter in dem Rennen, glaube ich sogar. Und hatte, wie gesagt, hier den Sieger, den Halbsieger gemeinsam mit Gottfrey. War erstaunlich doch, dass da die Favoriten am Ende doch alle vorne waren auch in dem Rennen. Ja, da waren auch einige irische Gäste von Gordon Elliotten Pferde bei Coco Beach. Der ist am viertletzten Sprung reiterlos geworden. Der sah eigentlich lange sehr gut gehend aus. Dann hat man kurz, oder ja, dann war es zeitlang auch, hat man mit einem deutschen Zuchterfolg fast gerechnet. Weil Star, gezogen von Girls auf den Sternkönigssohn, ging lange richtig gut. Der kam dann irgendwie nach, vor der letzten Ecke nicht mehr so richtig weiter. Der hatte viele oder lange Siegchancen. Aber waren dann schon die gemeinten Pferde irgendwo am Ende vorne. Am Ende war Star Vierter. Ich sagte eben, sexy Lord von Egerton. Talent, das Pferd, der ist, glaube ich, zum fünften Mal da gelaufen. Hatte das, wenn auch mal gewonnen ist, auch von Egerton. Der hat gestern mit dem fünften Platz dann seine Karriere beendet in diesem Rennen. Gut, das soll es aber auch von Pardubitz gewesen sein dann. Dann haben wir, glaube ich, international auch alles abgehakt. Eine Sache noch. Meldung kam gestern. Josef Beuko nicht mehr bei Andreas Wöhler. Das ist natürlich auch eine Überraschung, sage ich jetzt mal. Ja. 17 Jahre da. Der gehörte ja eigentlich zum Inventar, kann man fast sagen. Ravensberg. 17 Jahre, großer Erfolg. 2011 zusammen, der Derby-Sieg mit Waldpark. Ja. Über 240 Rennen haben die zusammen gewonnen. Und jetzt, ja, geht man auseinander. Bin mal gespannt, wo Josef Beuko, wo es ihn hinziehen wird. Ist ja einer der erfahrensten Reiter in Deutschland. Und ja, schauen wir mal, wie es da weitergeht. Werden wir sich ja dann auch bald vermelden. Wird es bald was geben, genau. Du kennst schon gar nicht anders, dass Josef Beuko nicht mehr drin ist. Also wie gesagt, wenn du sagst, 17 Jahre, da war ich 14. Also ich kenne es nicht anders. Aber ja, ist einfach so. Manchmal verändern sich Dinge und dann nochmal das. Genau. So. Und wie gesagt, wir haben am Freitag, machen wir wieder weiter, denke ich. Freitagmorgen, komm mal raus. Ja. Nächsten Podcast. Oder Donnerstagabend, das hast du für Meinung. Freitagmorgen ist natürlich 12 Uhr wahrscheinlich erster Start, oder? Ja, du hast recht. Erster Start ist mit 1 Uhr sein der erste Start in Baden-Baden. Machen wir vielleicht lieber sogar am Donnerstagabend, ne? Ich befürchte. Oder? Ich darf nicht befürchten sagen. Ja, also ich gehe davon aus. Gut, machen wir am Donnerstagabend dann die Vorschau auf die Renntage des Sales & Racing Festivals. Da stehen ja wirklich auch noch tolle Rennen an. Preis der Winterkönigin mit internationaler Beteiligung. Das kann man jetzt schon sagen. Ja, kann man auch nicht sagen, aber es sieht schwer danach aus. Immerhin mit Reiter angegeben. Ja, mit Reiter angegeben. Also das, denke ich mal, wird schon so kommen. Wenn die Fans mit Reiter angegeben worden sind. Christopher Head gibt zwei Fälle mit Reiter. Soll ich dir ein schlechtes Beispiel dafür geben, oder? Ja, aber da kann man, glaube ich, schon ziemlich sicher sein, denke ich mir mal. Ja, Goliath waren wir uns auch ziemlich sicher. Ja. War auch mit Reiter angegeben. Stimmt, stimmt. Aber wir hoffen nun das Beste. Gut. Und da sind auch noch Fehler aus England von Sir Mark Preskitt auch noch dabei, ne? Also, ob die jetzt laufen, das wollen wir mal dahinten gestellt lassen. Aber, wie gesagt, Christopher Head, oh wei, und wenn der kommt, der ist natürlich immer gefährlich. Das kann man schon sagen, ne? Wer? Ja, Christopher Head, wenn der mit Zweijährigen kommt. Und hab, glaube ich, jetzt letzte Woche noch ein Grupperennen in Newmarket gewonnen, ne? Also, da heißt es wahrscheinlich Ohren anlegen. Gut. Da sind aktuell noch 17 Fälle drin. Kann sich aber noch was ändern im Laufe des Tages. Ist ja heute Streichung. Und dann schauen wir mal, wie es dann wird. Manuel, da wünsche ich dir eine schöne Woche. Für dich geht es wieder nach Frankreich, glaube ich, morgen oder heute oder morgen? Ja, ich steige jetzt gleich ins Auto Richtung Chantilly. Ja. Ja. Und dann bist du morgen gar nicht in Nancy, dann sozusagen. Nein. Morgen bin ich in Chantilly. Nicht in Nancy. Also, die besseren Liga laufen morgen in Chantilly, weißt du, weiß man jetzt dadurch auch. Ja. Nicht in Nancy. Gut. Dann soll es das gewesen sein. Wir wünschen allen eine schöne Woche. Manuel, dir Hals und Bein in Chantilly. Vielen Dank. Und dann würde ich sagen, bis Donnerstagabend. Bye, bye. Ciao, ciao. Bis dann. Auch von mir. Schöne Woche. Hals und Bein. Und bis Donnerstag. Bis Donnerstag. Bis Donnerstag. Bis Donnerstag.